hey leute schmerz der shop zum nächsten wieder auf meinem kanal und ja freunde m heute spiel wieder hier im schweißig park und hier haben wir ja das letzte mal aufgehört freunde wie wir ihn hier runtergebracht haben freunde und das haben wir ja noch letztes mal gemacht wir können wieder was bauen freunde zerstört und die freunde folgen wie die blauen markierung die kann wie zum beispiel den können wir auch nehmen es sei aber ein video anlass freunde den brauchen wir aber gerade freunde irgendwie hier rüber müssen das weiß ich auch nur freunde hier können wir mit denen die klettern mal dennoch zu klein ist so wovon haben wir das hier gemacht so drehen wir noch mal schnell ja da kommt ja auch noch rüber so das mittelchen freunde da müssen wir ihn hier nehmen da wieder bisschen graben freunde so jetzt graben wir hier was hin so freunde und bämm so freunde und bämm so freunde so jetzt gehen wir hier gleich mal weiter und ja verletzt von den letzten in der letzten Folge und in der vorletzten Folge haben wir noch gegen den T-Rex gekämpft Freunde das war echt cool so jetzt gehen wir hier weiter wo sind denn die anderen übrigens sind uns überhaupt noch da ich weiß es ist nicht freunde aber überall jetzt gerade bämm und bämm 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 hoppsi ruf her후 hoppsi ruf uh hoppsi Da alım really Tras Oh que. Wir sehen die W CS So so freund ja wo man das alles zusammen wenn denn wenn ich freunde es haben hier noch die ganze kohle ein und ja freunde jetzt geht es hier ganz weiter gut freunde ist das besucherzentrum liegt anderthalb kilometer hinter diesem hügel halt durch sind das fleischfresser die formation präzise richtungswechsel wie ein vogelschwammer auf der flucht vor einem opfer und sie kommt präzise auf uns zu wo freunde no 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 sie aufpassen freunde oh nein ich hätte springen ja hab dem ding bekommen gut oh gut freunde nein nein zwei jetzt noch eins jetzt eine habe ich gesehen freunde wow krass freunde und was ist das jetzt für ein raubtino der eine t-rex freundin der letzten folge sieht nur wie er frisst die vorletzten ich werde weg okay folgt mir irgendwas ist schief gelaufen ich gehe den strom wieder anstellen das ist kein spaziergang ich lese den plan und gebe ihnen anweisungen per funk komm sie gehen wir und was ist mir jetzt hier tun knochen fleisch alles schau sie hier lang mister mr 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 warte soll ich bin dran wieder was tun nach ungefähr acht bis zehn metern kommen sie zu einer t-kreuzung sie soll dem hauptkabel folgen ich weiß wie man einen plan liest wir sollten immer ganz schön schwächern krafttoren freunde eine sackgasse sagen sie einen augenblick erwarten sie er kann das was müssen wir hier tun freunde hier wieder so was ein schlüssel freunde was willst du damit anfangen ich glaube wir müssen das aufschrauben freunde gucken sie mal nach oben da müsste ein großes kabel und ein röhrenbind wir können ja wieder was bauen freunde cool trotzdem vorsichtig krafttoren schon wieder freunde ich fand ich auch nochmal rechtzeitig geschafft wow jetz 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 oh freunde ey oh no ich brauch die andere person oh freunde da müssen wir jetzt erst komplett herunter oder? oder? hä? so gut freunde ich verstehe ich verstehe es gut freunde wir haben gerockt haben wir das oh also direkt vor ihnen ist eine metalltreppe die gehen sie runter krafttoren habt ihr das gesehen freunde so haben wir hier drin freunde wieder was zum zusammen bauen? ne nur mäuse plage oder doch was zusammen bauen ach ne das können wir jetzt noch nicht benutzen ok wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr kohle freunde ist natürlich auch ganz wichtig so gut haben wir das hier auch abgeschossen kommen wir jetzt hier auch weiter freunde ich seh den kasten ich seh den kasten da steht hochspannung drauf oh freunde da ist der kasten gut freunde bam noch ein bisschen gas zerstören freunde so wo sie können den hauptschalter nicht per hand umlegen sie müssen den hebel mehrmals auf und ab bewegen damit es funktioniert ok dann versuche ich es jetzt es geht zu schwer wo und ok das müsste ausreichen ja Mr. Hammond ich glaube der Laden läuft nicht ah Mr. Hammond ah Mr. Hammond ah Mr. Hammond ah 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 wir können es schaffen wenn wir rennen nein nein das schaffen wir nicht warum nicht weil wir bereits gejagt werden speichern fortsetzen freunde wow wir müssen echt auffassen ihr freunde ob wir irgendwas passiert gut wir haben wieder was geschafft oh freunde ist das echt cool es ist aber aufpassen freunde bevor was passiert oh mein gott freunde hä ach nee es muss nie wieder machen wo wow ein bisschen wieder gießen freunde was kommt jetzt raus ja jetzt kann er auch hochklettern gut freunde jetzt nehmen wir gleich mal ihn hier und bei ihm geht es als nächstes weiter so warte nee da unten war doch noch irgendwas gerade oder vor allem hab ich mich wohl vertan Freunde fangen wir noch ein bisschen Kohle wow nein na gut es ist jetzt wenigstens geschafft nee ist nichts für ein Klettern geht er runter ich will auch hin ich hoffe er macht das oder er macht in Gebüsch direkt vor uns keine Angst wo Freunde wo Freunde abkriegst wow Freunde habt ihr das gerade gesehen aber Freunde ich würde jetzt mal sagen an der Stelle war es auch schon mit diesem Video ich hoffe der Fallen liken an ihr und klopfen und vielen Dank tschüss tschüss Ah!